Ich habe 60 Frames, so geil. Das wird jetzt aber mehr überhängen als erlaubt. Ah nein, passt genau. Wir sind in der Unterzahl. Nein! Yeah! Weil sonst gibt es nur eine Ausrüstungskisse oder Munitionskisse. Aber das sind ja die kleinen Kisse. Die Öffentliche sitzt richtig, oder? Ja! Hallo! Kannst du mir sagen, welcher der richtige Muncontainer ist? Ich brauche einen Muncontainer für den Trakt. Für was müssen wir machen? Mörser? Ja, für den Mörser, den Container. Nicht den Mörser, sondern den Susscontainer. Ja, schon. Oh je. Okay. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Wir sind noch im Gebiet. Der Sammelpunkt ist an der Grenze. Also beim Sammelpunkt bitte keinen Lärm machen und alle aufwespern. Gizi für Schraddarko. Gizi hört. Kann es sein, er hat einen Kartenmörder vergessen. Wo? Muss ich so erfahren, weil ich... Ja, von drüben auch. Alles klar. Ich versuche gerade verzweifelt hinter dir zu bleiben, aber ich verliere dich immer wieder aus der Sicht. Wir werden aufrecht laufen. GPS kann auch helfen. Ja, daran orientiere ich mich. Okay, der Trupp von Boon, wer zu Boon gehört, was ist. Läuft weiter, Trupp Sirten wartet. Bei mir, aber ein bisschen verteilen bitte. Soll ich jetzt hier in deiner Nähe bleiben? Negativ verteilen, ich habe mindestens 10 Meter Abstand. In die Länge am besten. Ich habe die Häuser mal durchnummeriert, also wenn da manchmal ein Feind oder so im Haus ist, kann man da für die Nummer sagen. Okay, langsam vor. Ja, weiter vor. Achtung, die werden sich vor allem auch in Büschen vercampen. Bitte breit verteilen beim Angreifen. Also schön wirklich in die Breite gehen. Büschen veröffentlicht. Büschen veröffentlicht. Büschen veröffentlicht. Büschen veröffentlicht noch Scheiß. B Müllherzt an. Biking понад genezieht ある von Büschen planチöten. Bzw. auch ohne Blaire. B sekohl ange hierher. An прич 실제로 нал village zu halten. Achtung, nicht zu nah an die roten Marker Ja, Adi ist durch, geht mal ran Also wie gesagt, ich bin mal zu von Medica kommen Ich bin nicht der einzige Med Aber Team Merbun auch eins, weil dann geh ich rüber Wir müssen zwei Medics sein eigentlich Können sein, dass Ziggo der zweite ist Ich hab Sicht auf die Hütten Positiv, ich auch, Gani auch Ich glaub positiv, Ziggo ist der zweite Medic Haben wir einen Pionier beim Top-3 Ja, Positiv, Sako neben dir Bitte siehst du Marker, Minen Marker Ja, steht bei mir Positiv, 16 Meter Richtung 6 Grad Markieren bitte Ich komm zu euch außen Gelbe Punkte einfach auf Minen machen Entwerfen geht auch Zipfel ist erschossen, Mann Komme, muss ich auch ne kommen Jetzt soll ich in die Farbe rennen? Wären wir noch Hecken schützen Zipfel ist erschossen, Mann Zipfel ist erschossen, Mann Oh, das war gefährlich Schlage gezogen Ich bezehnte meinen Halsstellung Hier gar nicht, perfekte Sicht auf die Fahne Ich bin hier Ich habe Beschuss aus Richtung 391 bekommen Du bist doch alles draußen Jetzt staub wieder in den Ball Sieht jemand die Flagge? Gar nicht hier, positiv Noch CSAT und noch uns? CSAT, ich schalte schon seit 5 Minuten drauf Ich bekomme die ab Ich habe auch Sicht auf die Fahne Zerox hatte einen Disco Bis fast, wir haben gerade nur 1 Sunny Bei der Impfmarkierung sind mindestens 3 Feinde Gewillt mich mal raus ins Zug Nein, nein, bleib mal hier Einziger Sunny, bleib mal nach oben Die Impf, die ich gerade gemacht habe Wir haben noch Beschuss aus Osten rein Ja, 2 Feinde sind da definitiv am Boden Aber trotzdem ist an der Position immer noch Mundungsfeuer Ich habe einen Ich habe einen Im Osten oder wie? Direkt an der Fahne erschossen Das war Old Negativ, das war nicht Old Alles klar Log, deck du hier die Fahne Bleib möglichst tief Leg dir am besten hin So dass du auch möglichst weit auf den Hang hoch siehst Ich gehe raus und schaue was da im Osten ist Damit wir Old holen können Danke Okay, ich gehe jetzt zu Zipfel und Sacko und versuche die zum Safen Ich glaube ich habe zwei Ich glaube ich habe zwei So zur Info Mörser ist einsatzbereit Falls er ein bisschen Detailliertere Feuer von oben braucht Hier kann ich, ich hoffe es war nicht Old Aber der ist grüner gewesen Also es müsste einer von denen gewesen sein Ah, sorry Okay, Zipfel, Sacko, save, reviven bitte Unterweg Hier kann ich bitte darum, dass es angemeldet wird wenn dann von der Fahne vorbeigerannt wird in der kleinen Shutdown Weil sonst, ja, naja Sagt einfach Bescheid wenn die da unten rumrennt Okay Das Fahrzeug im Bereich, da müsste ein ganzes gut sein Zumindest vier Leute Ja, zur Info, ich passiere jetzt mit Mifred HMG LZ9 und fahre mal nördlich den Nordweg lang und versuche da ein bisschen die LZ-Einfallwege dicht zu machen Fahrzeug Ich sag's noch Ich beweg mich jetzt auf Ziggledown und save den Und geh dann flankier dann noch die Fahrzeuge Kann ich hinter dir, das ist ein Fahrzeug auf der Hauptstraße Ja, wir haben auch eine Helikopterablandung jetzt östlich beim Ostweg LZ9 LZ9 Das ist der Old, der legt da Dann hab ich den Old erlegt Leg die am besten in den Fahnen, dann ist deine Kontur verdeckt Ich bin ja dann in der Weise sein Geh auf Lautsprecher Egal, irgendwo Wenn ihr euch irgendwo hin campiert Am besten in ein Gebüsch, um eure Kontur zu verdecken Sacko wieder auf dem Bahnhof, können wir mich umziehen Ja, den Sunny decken, bitte Ich glaub der Sunny wird grad erschossen Hat mich grad revivet, aber der Gegner sieht mich anscheinend nicht Ich weiß nicht, wo er ist Ja, alle die Downs in respawn Ja, alle die Downs in respawn Zünden wirst du grad über mich gelocken Ja Manu ist dauernd südlich Fahne, östlich Fahne Ja, ich hab die Piste gehört, bin dahin Gegen einer Fahne ausgeschaltet Ist wieder Nachtdurchstellung Die Fahne ist gezogen Ich warte nur kurz Ich geh hin zur Fahne Die Fahne ist gezogen Ich glaub das ist ein steiler Weg Ich glaub das ist ein steiler Weg Hinterm Haus ist einer Wir dürfen zwei kippen Nachschub ist auch hier gleich LZ-8 am Landen Ja Okay, Helikopter kommt jetzt bei Badi vorbei Südöstlich Fahne Richtung LZ-4 Feind von Süd Ja, ich mach ihn aufm Weg dann LZ-4 Feind, Feind, Fahrzeug Weiß nicht Landet jetzt ab, LZ-10 Marker Sind direkt vor Wir feuern gemeinsam Jetzt oder nie Leute Ja, nix los Haha Feuerwerk Badi ist daun Habt ihr noch Feind da? Es schleicht sich beim Haus Was rum Na, er holt es zumindest grad daun hier Also kann sein, dass seiner wird Check, ich vermute Feinde im Haus Zwei Feinde im Haus Einer hinterm Haus Hintam Hintam Danke fürs Hürden, komm Sind im Kampf, mach Immer noch zwei Feinde im Haus An der fronten Einer ist hinter der Metallbaracke Hast du den immer? Nur angeschossen Dürft ihr den hinter der Blech machen? Sicher, wie ist die Situation bei euch? Äh, wer ne klingeln näher? Buhn, pass auf, da wo du bist, müsste ein Gegner sein. Jetzt fülle es doch. Wer war der Granatwerfer? Ja, war ich. Kümmer mich jetzt um Waldo. Ja, dumm für die Leute im Haus, dass das keinen Hinterausgang hat. Hahaha Schöpfer, zu kurz? ein aus dem haus ist da und der andere unbekannt ich habe ihn getroffen aber was nicht marscheln der nähe lz4 feind markiert fährt er gerade in richtung süd was haben die letzte schlachter gemacht er vorletzte ja das heißt aber nicht dass ich nichts mehr für marscheln wenn du leer bist kann es genauso wenn du möchtest auf der granate laufen ich habe eine noch glaube ich oder der ist gerade umgefallen weil er ist könnt ihr den marscheln markieren wenn er halbwegs statisch ist dann können wir doch mal mit der arti oder mörser oder so wir haben immer noch feind den von der fahne das heißt wenn ihr da vorne fertig seid und ich bräuchte noch zwei leute an der fahne die da das haus klären unter der metallbaracke liegt da bewegung nicht zu zählen wo ist er hinten links oder reißen er ist da Kai ist down, ich hab seinen Schützen Okay, wenn ihr da unten keine Feinde im Abzug habt, dann bewegt euch wieder in Richtung Flagge Und wir haben vielleicht noch Feinde an der Fahne, wir brauchen aber auch den Sunny wieder Ja Ich hab notiert, warum mich der SD, ich glaub es war ein SD, das hat mich von der Opa geschossen Was war denn der Name? Frozen Bikes Was zum Punkt, meinst du, er holt? Nee, Kreis mit SD Ah Gott Okay, wir haben hier alles geklärt, wir kommen ins Richtung Fahne Vielleicht checken wir den SD-Bereich da Der Sunny ist down Ich brauch hier mehr Leute an der Fahne Geht ihr in Richtung Flagge, ich mach mich da in Richtung der markierten SD-Position Einfach alle, die da sind, um die Fahne verteilen Einfach alle, die da sind, um die Fahne verteilen Also es ist aber auch schon ein bisschen her, kann sein, dass der verlegt hat Schießt hier jemand mit Schalldämpfer? Höchstlich von mir, Schalldämpfer Das ist bestimmt der Frozen Das ist bestimmt der Frozen Die Frozen down Heli-Audio war mir Heli war bei LZ 7, Feindhailing Soll ich versuchen, die anzufangen? Okay, V-Fahne haben wir gerade wieder, also macht ruhig entspannt und lieber ein bisschen weit räumig im Dschungel verschanzen Haben wir noch Sannis hier? Oh, der Cyrox ist down Okay, keine Sannis mehr hier Oh, Schalldämpfer Oh, okay, alles klar Sertan, wie viele seid ihr? Ah, 11 oder so Na, du punktet? Wie viele seid ihr Sertan? Hört ich gerade nicht Die 10 werden es schon sagen Ähm, ungefähr 11, glaube ich Alles klar, dann macht ein Kilin fertig und der Rest kommt in die Hellcat Achso, von den Respawnern Das muss ich nicht Wo wollt ihr einen Sertan? Ähm, wir wollen zu A-Fahne LZ 10 oder so? Oder LZ 8? Hm... Drop Oder mit dem Heli, äh, würde ich sagen LZ 7 Oh, so nah ran Ja Okay, alle die jetzt von Charlie in der Base sind Wir kaufen ein Quillin, machen den voll und der Rest fliegt mit Heli Ich glaube alle von der A-Fahne passen die Kilin rein Hört noch, warte noch Warte noch Warte noch Fällt noch Club von der A-Fahne Ich werde nachfixieren Ist die Fahne rot oder blau? Die Fahne ist rot, wir punkten Gute Arbeit Rechts von unten Kai, bin ich hier gut versteckt über dem Büsch? Nee Er ist auf jeden Fall nicht gut versteckt Kai, weiß ja, dass hinter sich frei ist, da ist Hürden vor dir, da könnte noch was gewesen sein, da geht es trotzdem Ich habe den Giga-Übelin in Hartkensicht Nach dem Campfeind Worauf schießt du Kai? Feinde Richtung Da ist, wann wir uns die Zug aufschießen Kai, da unten Ich glaube Kai wurde bei Freight Friendly wieder geschossen, also ihr müsst ein bisschen aufpassen Er hat doch angefangen Ne, das war kein eigener Ne, das war kein eigener Das war eigen Dann ist der gerade ein CSAT und ein NATO die ganze Zeit nebeneinander rumgelaufen Stimmt Stimmt Haben wir noch Sanis hier? Ja Ok, alle raus Wir haben jetzt der Status an der Fahne, wir erleben noch Von denen die jetzt nicht eingeflogen sind Wir müssen uns jetzt auf breiter Front verteilen und dann kommen wir von Norden rein, aber wir warten noch kurz auf den Nachschub, da kommt noch eine Hellkeit mit Leuten Verstanden Hier gar nicht, wir lassen die Netz enttrieb Haben wir's alle so verstanden? Verstanden Verstanden Ja, verstanden Also versteckt euch daheim Lok du bleibst bei mir, Zipfield bitte weiter nach Westen zum mit Waldobert treffen. Ihr übernimmt dann den westlichen blauen Einmarschroute und Lok und ich nehmen die westliche. Ich Saco auch die westliche Route. An der LZ7 ist scheinbar auch gerade Feind abgelandet, Vorsicht an alle die da in der Hellcat sind. Wir warten jetzt noch. So, haltet die Augen offen, die die gerade hier mit mir gelandet sind, hier irgendwo in der Nähe ist, muss Feind sein. Bereit aus, in Richtung Flacke bewegen. Zipfield Waldobert wartet jetzt noch. Wir haben einen Trupp Südlicht erfahren hier, die haben aber noch die doppelte Strecke jetzt so zum Lügen, dass wir gleichzeitig angreifen. Ich Saco erinnere mich auf dem Moment, oder? Ich Saco der denn mag, aber. ok wir greifen dann die werden da auftreten wir haben hier ein fahrzeug direkt vor uns auf der straße bei Suckerdown ist wohl auch freund gewesen, aber Zipfil-Waldobald-Mandes war jetzt wieder die Waffe auf Einzelschuss oder was? A-Fahne, wo treffen wir uns? wir setzen jetzt schon im Sion drin wir haben da einen Platz wo soll die A-Fahne aufsteigen? ihr macht jetzt noch Heli oder ihr wartet auf die Sion? Schredder wird euch das sagen Platz los 2 bzw. 3 ist explodiert schon 2 bzw. 3 ist explodiert schon wir machen so was alle mal markieren alle mal markieren noch mehr Mieten 2 bzw. 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 6 5 6 6 5 5 6 8 5 9 9 10 10 11 15 15 User joined your channel. Ihr Gahn, nehme Sicht auf die Fahne. Die Fahne ist frei, dass wir heute fahren. Und so hinten die Kampfer. Die Klinger sind hier hinten weg. Ich soll nur was mit Kohlen kommen. Wo ist es denn Kohlen? Nehmen die unsere Fahrzeuge und holen sie. Nehmen die unsere Fahrzeuge und holen sie. Wurzeln lohnt sich denn? Ich hab zwei erledigt. Wir steigen in die Heli ein. Kronen hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. Hallo? Was soll ich das machen? Nehmen die. Kronen hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. Was soll ich machen? Kronen hat gesagt, ich soll zu ihm kommen. Wo bist du denn? Du melde dich, der ich sonst würde ich den Kling nehmen. Was soll ich das machen? Was soll ich das machen? Ich bin jetzt beim Haus. Du wirst dich helfen. Verdammt. Du wirst dich helfen. Einer im Haus da. Zwei im Haus da. Zwei im Haus. Du wirst dich helfen. So ein Scheiß. Das gibt es ja nicht. Look, wir schauen, ob wir zu dir kommen können. Boon, sind da noch mehr Leute? Ich sehe nicht alle auf dem Radar. Ne, das sind alle hier, also Lock ist der letzte. Haben wir einen Sunny dabei? Ja, Lock ist Sunny, wo ist Xerox? Wir haben keinen Sunny dabei, ne. Lock, respawn. Xerox ist in der Base da und schaut nach Disconnect aus. Habt ihr den? Warum werfen denn Granaten? Was soll denn das? Habt ihr den Schützen? Ja, aber irgendjemand hat noch eine Granate fallen lassen von uns. Wer schießt? Ich nicht. Feind down. Alle respawn. Ja, wir müssen die LZ wechseln. Habt ihr die erwischt, Serta? Ja. Kalle, hörst du mich? Kalle, hörst du mich? Bin auf der 50. Bin auf der 50. Ja. Hast du den? Ja, aber ich hab Granate gerade geworfen. Bin auf der 300. Wo bin, wenn sie mit dem? Ich bin, wo ich bin. Bin auf der 50. Ja, ich bin. WALT Habt ihr die 500 bis an? Wo bin ich? Ja. Der favorable ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt kommt eine Hellcat rein von uns mit Nachschub, dann sollten wir alle da sein. Ach negativ, das sind andere Leute. Ich habe Sicht auf die Fahne, ich schaue, dass sie möglichst viele ausschalt. Nein, mach locker, wir sind gerade nördlich abgelandet, 7,5 Meter bis zur Fahne. Ja, ich mache ganz langsam und vorsichtig. Ich habe eher ein SD. Hier ist eine Drohne über uns geflogen. Bei Gani, Kalik. Na, Kopi müssen wir durch, jetzt hätten wir vielleicht mehr Ruhe in die Fahne zu ziehen. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? von wo bekommst du Feuer? warst du am schießen? warst du das du Kallek? was war ich? ich hab da auf einen geschossen mit einem Offiziershut nein, nein, halt es nur um, wir sind 500 Meter weg der war bei Zipfil aber er hat es glaub überlebt ist doch nicht die äh schweig guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist sehr ruhig an der Fahne Die Camps sind da rumliegen, unter den Häusern, in den Häusern Oder die Schüsse haben nochmal zusammen zu gehen Und ich laufe auf jeden Fall Was ist denn da? Schnell gemacht Ja, das war knapp Was ist denn da? Ja, und nach dem Norden Ist die Fahne rot oder blau? Ja, wir haben den Korbett gezogen Ja, wir haben den Korbett gezogen Ich hab dann angeschossen auf Holzstapel Fahne, was nicht aber down ist Die Fahne ist blau Oder? Ich rück über das Haus ran Ich rück über das Haus ran Geh auf L0C4 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 LZ-Hot-Hot, geht das? A-Fahne? A-Fahne! LZ-Hot-Hot LZ-Fahne ist geplant Wir sitzen da Wir sitzen da RAS LOKO HOO Bring mich heile nach vorne Das modelling, würde ja LZ-Hot-Hot hold noch während des Fluges nicht mehr finden da sind so viele Marker Die ist direkt nördlich davon Ja, ist gut Ich renne hin und ziehe die Fahne Ja, ich habe markiert, Einlaufwege, verteilt euch einfach und einfach drauf Ich sehe die LZ, keine Feinde Also in den Einlaufwegen, da war als letztes auch Feinkontakt Meld Marshal, Position 201, ich markiere meine Kapitänposition Speed ist gut Ja, habe ich mir auch gedacht Hier kannst du nicht mit Speed ranfliegen, das ist Mörderisch Die Hoffnung dazu kommen ist nicht einfach Aber das geht, das geht, alles klar, da ist eine gute Fläche Ja, die ist gut So, die sagt gleich raus Danke, Loco So, das geht 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 Stella Okay In der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fahnie an sich User left your channel Ach, ist um Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020